Wir sind bereit. Das ist ein Rückspiegel, das ist ein Rückspiegel, das ist ein Rückspiegel. Ah ja. So, wir sind nach Born. Die sind so schön, wir haben hier voll aus. Die haben aber höher als vorher, gell? Ausgeklinkt, okay. Boah, ich habe ehrlich Unterwelle. Gut sehen, gut sehen. Nach hinten schauen, da kommt die Erde, ausrunden. Super! Und wieder abfangen. Ey, ist das cool! Drehblatt, 90 Grad Drehung. Ah, ist das lässig! Ah, kippt ein bisschen über die Tragfläche drüber. So, nochmal. Und wieder 90 Grad. Boah, Seilen vertreten! Jetzt war es perfekt, das ist so richtig gut gelungen. Zum Schluss ein bisschen durchfallen. Ja. 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 Ja, okay. Ja, ich nehme mal das. Das ist normal. Monokubanische auch. Ah. Ah. So, jetzt sind wir noch 56. 60, Sie können die Frequenz verlassen. Ja, verlassen die Frequenz. So, jetzt muss man noch kubanisch auf. Ja. Ja. Bin kubanisch auf. Geht mal ein bisschen runter, oder mit einer Geschwindigkeit. Ja. Und dann gehen wir mal an. So, dann drehst du so, um die Tragstrecke, dass sie runterfallen, fangt sie ab, schenkt sie runter, gehen gleich runter, schenkt rein, schenkt rein, schenkt rein, schenkt die Tragstrecke schmieren, schlafen sie nach links runter, fangt sie ab. So, jetzt haben wir einen schönen Körper. Jawoll! So, dann schmiert die Tragstrecke links ab. Ist das sensationell geruhigt! Das hört sich an, ne? Fantastisch! Drehung über ganz schnelle Drehung, die nach so, dass man mit Teil des Geistet nicht reinsteckt und dann anzieht und dann kann man so drehen. Ja, das ist ganz wichtig, wenn man es richtig hinlegen kann. Halt! Schauen wir uns mal in der Richtung. Ah, hallo! So, schön. Fantastisch, oder? So, dann 4G und 0,6 kmh. So, jetzt reißen wir die Rührung. Dann machen wir eine schöne lange Lange. Fantastisch, oder? Wirklich! Voll cool! So, jetzt bin ich! Nein? So, find-me! So, die Rührung ist jetzt nicht so gut. So, jetzt geht's die Rührung. So, jetzt geht's. So, jetzt geht's dir das. So, jetzt geht's die Rührung. So, dann geht's dir auf einmal. So, dann geht's mal. So, jetzt geht's. Untertitelung des ZDF Ich bin jahle echt. Das ist aber, wo muss man? Ja, das ist aber doch. Deswegen rennt sie ja schon bis drauf. Ja. Sonst erschüttert uns jetzt sowas von gut. So, dann. Bravo. Gut. Haben wir das gut geschafft. Bravo.